Wo man nicht durft zu drehen und dann sagt der andere meine Reifen sind kalt. Das sind die Weichen. Schüler-Alone so hier. Ich glaube das passt erst einmal. Schauen wir mal. Regenwahrscheinlichkeit 20%. Mit Glück können die anderen nicht mehr fahren. Du, 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 du. Schauen wir mal ob es regnet. Hm, ne. Aber müsste reichen für Q3. Yeah, Q3. Geile Sache. Vielen Dank. Habe ich auch verdient, oder? Und der Sebastian auf 10. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt kommst du drauf an in Q3, was ich da machen kann für das Rennen. Mal schauen. Jetzt heißt es Konzentration. Genau. Quake 3. Super. Konzentration. Mal gucken hier. Ja, machen wir direkt fliegende Runde. Wir haben eh viel Zeit verloren mit dem immer. In jeder Strecke lernt, weil Gags nichts wissen. Mag kein Fisch. Schauen wir mal, was der Rote Bulle hier leisten kann in Monza. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zu spät gebremst, fuck Erster Fehler Macht nichts, wir haben noch ein paar runden Ich wollte halt so spät wie möglich bremsen Das ausreizen Macht nichts Keep racing 5 Doch, klar kenne ich die Rede, wenn du Sicher Ich meinte trotzdem, ich mag keinen Fisch Ich mag nicht morphen Wow, zwei Sekunden besser als meine Bestzeit ever. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der andere beschwert sich mit seinen scheiß Hinterleifen. Boah, ihr Bayern! Weltungssystem! Klar, kenne ich hier Butter bei der Gags. Jo, aber passt, passt, passt. Ist gut, brauche ich gar nicht mehr, mich anstrengend. Passt schon, also fahren wir eh noch gut im Rennen. Lassen wir noch ein bisschen, dann können wir noch einmal raus mit den gleichen Reifen zum Test. Hole können wir jetzt eh nicht unbedingt holen. Mal gucken, oder? Ja, fahren wir mit den gleichen Reifen, oder wie viel haben wir denn noch von denen? Wir haben noch genug, mach mal, versuch mal, Paul, hier. Mach mal, Paul. Auf geht's. WC-Essen, hab ich verdient. Ja, die Naturkatastrophen sind ausgestattet bei Sims. Äh, bei SimCity. Hey, grüß dich, Reha. Uhu. Schön, dass du kurz reinguckst. Ich hoffe, wir dir alles klar. Ich probiere hier komische Sachen. Hab mich mal an Formel 1 getraut. Mal schauen, was ich hier so lernen kann alles. Mal schauen, was ich hier so lernen kann, was ich hier so lernen kann. Mal schauen, was ich hier so lernen kann. Mal schauen, was ich hier so lernen kann. Ich schade. Hey, krass. Ich war 0,3 vorne, jetzt bin ich 0,2 hinten. Man, der Flower. Are you kidding me? The Hackman. Ja, sicher. Und bei dir, Gags, deine Cam ist anders. Man sieht mehr als nur die Arme. Entschuldigung. Ich hoffe, jetzt kriegst du nicht noch mehr Albträume. Hier habe ich schon öfters die Kamera jetzt. Also noch eine extra Lenkrad Kamera für meine Fans. So wie der Klitschke sagen würde. Für meine Fans. So weit so gut, nur ist es verdammt anstrengend, was ich hier mache. Mit dir reden meine ich jetzt. Und die, ja okay, ist vor weiterem. Ja, Mother Flower, Kevin. Die kann man nur ein Kevin heißen hier. Und Autofahren. Also bitte hin. Ich habe noch ein Problem mit den Cabins. Ja, das ist nicht so gut. Ahah! Das ist ein Foto für mich, wenn ich mich hier habe. Und was hast du noch so in den letzten Tagen so veranstaltet? Dann sehen wir gleich, ob sie auch rentiert, ob sie noch zu Ende fahren wird oder nicht. Nein, lohnt sich nicht mehr wieder, die Kurve kriege ich nicht hin. Ja klar, ich sag, ist doch normal, kommst du rein sofort, machst du jemanden klar hier, zack zack, eins nach dem anderen. Ach so, Freund zu Besuch, okay, und alte Freund, alles klar, geile Sache, hast du ja schöne Zeit gehabt. Du hast uns ganz vergessen währenddessen, Schweinerei! Ja, wir haben ja eine super Lenkrad-Face-Camp, äh, YouTube-Camp, deswegen brauchen wir keine Musik. Okay, bestes Ergebnis ever hier, 0,191 nach dem, nach dem, ich wollte sagen Hamilton, aber es ist ja Rosberg. So, jetzt kommt wieder ein Rennen, Leute, wo ich eine Stunde durchfahre und mich noch kurz seelisch darauf vorbereiten muss. Ohne Pause, eine Stunde durch, wieder, ah! So, muss ich jetzt pinkeln? Weiß ich nicht, sehe ich dann im Rennen. Gags Bull, Red Gags, oder? So! So! Mother Flower! Quartos Mix und Freiberger, echt unglaublich, wenn du so vor dem stehst, okay? Also, Leute, so Gags, machen wir fertig für heute, bin mirt. Hi! Alles klar, Tim, dann schlafst du hier und träumst du es, gell? Merci fürs Vorbeischauen! Piss zum nächsten Mal, Bro! Also, dritte Startposition. Das muss ich, das muss ich gewinnen. So eine Chance im Nichtregen, was schon mal, haben wir wirklich Nichtregen? Ja, wir haben wirklich Nichtregen. Ja. Ja. Nur leicht bewölkt. Ah, cool, nice! Aber ich hab mich mit diesem, mit Reitenpferden nicht so beschäftigt. Aber ist bestimmt interessant. Viel Erfolg fürs Treppchen, vielen Dank! Also dann, prepare to fight! Time is running out! In 3, 2, 1, fight! Let's do it! Wir wollen nicht singen! 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 Dann kann ich singen! Gags forever number one! You can call me best Gags of the world! Oh, ich hab mir die Strategie gar nicht angesehen. Mother Flower! Hab ich auch vergessen hier. So, egal. Der Levis ist vor mir. Und der Nico, oder? Beide? So, genug. Hier Übungen. So, Hetzert. Die beiden Mercedes. Mercedes sind vor mir. Let's do it, guys! Keep racing! Erschlaugen sie mit nem guten Start, hey! Ich spinn's dir! Moment, 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 Moment. Da schiebt mich einer. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Mann! Fahr doch! Fahr doch! Was soll das? Alter! Das gibt's doch gar nicht. Der ist aber heftig stehen gelebt, hätte er an da. Sorry, aber Alonso, dass... Ich konnte ja nix verhindern, ey. Ja, auf der Geraden ist es echt böse gegen die. Ja, hab ich abgehängt. Krass! So, als muss ich die Kurve kriegen. Mit dem schweren Auto, wenn ich früher, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okay, zu früh. Also 110. Das muss reichen. Oh, nein, 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 bitte nicht! Komm schon! Mann! Läuft, läuft trotzdem, alles gut, alles gut. Du hast das Schifahr noch ein bisschen... ... ... ...